Um einen Stopp im GoPro Trader zu platzieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre geöffnete Position. Es erscheint ein Dropdown-Menü. In diesem wählen Sie den obersten Eintrag Stopp Limit bearbeiten. Mit dem Öffnen des Stopp Limit Order Fensters wird auch gleichzeitig der letzte gehandelte Kurs Ihrer offenen Positionen mit übernommen. In diesem Fenster legen Sie nun fest, bei welchem Kurs Sie einen Stopp setzen möchten. Der Stopp ist eine Sicherungsfunktion und wird bei einer Kaufoption unterhalb des aktuellen Preises gesetzt. Damit wird das Risiko Ihrer offenen Positionen klar definiert und begrenzt. Zum Aktivieren des Stopps setzen Sie ein Häkchen bei Stopp. Sie können nun Ihren gewünschten Stoppreis manuell eintragen oder mit den Plus- und Minustasten den gewünschten Stoppreis ansteuern. Rechts neben dem Eingabefeld sehen Sie zusätzlich den Abstand Ihres Stops zum aktuellen Preis in Pips. Möchten Sie gleichzeitig ein Gewinnziel festlegen, setzen Sie einfach ein Häkchen bei Limit. Tragen Sie den entsprechenden Kurs ein, bei dem Ihre Position im Gewinn geschlossen werden soll. Alternativ können Sie die Angaben für Stopp und Limit auch direkt in der PIP-Anzahl festlegen. Aktivieren Sie dazu das Kästchen In Pips. Nun werden die Eingabefelder in Pips angezeigt. Sind alle Eingaben erfolgt, kontrollieren Sie diese und klicken Sie anschließend auf OK. Die Änderungen an Ihrer bestehenden Order sind daraufhin sofort im Kontofenster sichtbar. Eine weitere Möglichkeit, Ihre Positionen professionell zu kontrollieren, besteht darin, alle notwendigen Eingaben schon vor der Positionseröffnung einzugeben. Gehen Sie hierzu genauso vor wie bei der Erstellung einer neuen Marktorder. Durch einen Klick auf den Button Fortgeschritten erweitert sich das Fenster nach unten hin. Hier haben Sie nun dieselben Eingabemöglichkeiten für Stopp und Limit, wie wir es eben beim Abändern einer Position gesehen haben. Wählen Sie hier wieder Ihren Sicherungsstopp und den Bereich für die Gewinnmitnahme. Klicken Sie auf OK. Die Order wird nun umgehend ausgeführt und beinhaltet direkt bei Positionseröffnung Ihre vordefinierten Werte für Stopp und Limit. Der GoPro Trader bietet dem fortgeschrittenen Trader höchstmögliche Sicherheit und bestmögliche Order-Tools, um den Weg hin zu einem professionellen Börsenhandel zu ermöglichen. Laden Sie den GoPro Trader jetzt kostenfrei herunter. Es warten zahlreiche Videos auf Sie, in denen Sie Ihre neue Trading-Software samt all Ihren einmaligen Funktionen kennenlernen. Der GoPro Trader holt das Beste aus Ihrem Börsenhandel. Eröffnen Sie jetzt ein Demokonto oder Echtgeldkonto. Unsere Forex- und CFD-Rechner werden innerhalb von 24 Stunden für Sie freigeschaltet. Eröffnen Sie das Beste aus Ihrem Börsenhandel. Eröffnen Sie das Beste aus Ihrem Börsenhandel.